Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Silent Hill 2. Ja, wir sind hier ein bisschen angeschlagen auf der Suche nach Apartment 9. Die ersten fünf Folgen haben wir hinter uns. Haben die Stadt jetzt hier ein bisschen abgesucht. Hier in der 3 wird irgendwas drin sein. Unser Radio schlägt ab und zu aus. Also wird sich da drin irgendwas bewegen. Wir suchen auf jeden Fall Apartment 9. 9 ist laut dieser Karte oben. Da, wir sind jetzt da. Eine hoch. Da ist dann 6, 7, 8, 4, 5. Also, theoretisch. Okay, hier scheinen aber auch noch andere Sachen zu sein. Da ist es. So, ich hoffe, dass das der einzige gewesen ist. Bevor wir jetzt hier irgendwo reingehen oder durchgehen oder sonst dergleichen, gucken wir uns hier erst einmal um. Alle Türen zu. Da können wir rein. Hier ist die 6. Die ist ebenfalls zu. Da oben haben wir noch die 4. Da ist zu. Die 4 ist auch zu. Und da können wir vielleicht durchschlüpfen. Und für die Tür haben wir einen Schlüssel. Fangen wir hinten an, oder? Ich würde sagen, wir gehen da erstmal rein. Was machen wir eigentlich, wenn wir mal da reinklettern? Und dann ist da so ein Vieh. Oh, hier Schreibmaschine. Resident Evil. Erstmal speichern. So, die Tür hier können wir entriegeln. Und da geht es natürlich wieder nicht weiter. Hier gibt es auch nichts. Hier gibt es noch was. Es kommt definitiv aus dem Apartment. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe es Ihnen schon hundertmal gesagt. Warum unternehmen Sie nichts? Es ist unerträglich. Ich spüre, wie es in meiner Haut eindringt. Sich in meine Lunge drängt. Ach, da ist bestimmt was Totes drin oder so, ne? Rückseite ist nichts. So, das ist das offene Fenster, was wir gesehen haben. Es ist zehn nach neun. Gut. Da haben wir jetzt eigentlich nichts Gravierendes drin gefunden. Okay, weiter hoch geht es nicht. Apartment neun ist aber scheinbar weiter oben. Hallo? So, hier haben wir eine kleine Raucherecke mit Zeitung und allem drum und dran. Hier geht es zum stillen Örtchen mit einer kaputten Klobrille. Eigentlich jetzt nichts Ungewöhnliches und typisches Apartment. Auch sehr gepflegt, wie man das anhand des Herzens hier sehen kann. Da hat auf jeden Fall sehr viel Liebe, jemand sehr viel Liebe ins Aufräumen gesteckt. Das Loch irritiert mich ein bisschen. Ist so eine typische Szene, dass da vielleicht jemand lang geht. Oh, shit. Okay, oben ist auf jeden Fall jemand. Also, das Bett hier direkt hinter der Couch ist jetzt nicht so typisch, würde ich sagen. Aber man findet hier auch einfach gar nichts in dem Drecksloch, ne? Nichts ist hier. Einfach gar nichts. Gehst hier wirklich nur lang wie so ein Schwachkopf. Oder ich bin halt zu blind, aber eigentlich gucke ich ja mir alles an. Tür ist zu. Hier ist so eine typische Rippenheizung. Okay, dann geht's draußen über die Feuerleiter. Ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht jemand lang geht. Wir ihn dann sehen können. So, ich weiß nicht, ob ich die runter machen will, aber scheinbar kann ich sie auch gar nicht runter machen. Ich mag das ja total, ne? Diese Feuerleiter. Was? Ach, da ist eine so eine Speicher abgebrochen. Da ist noch ein Party-Dach. Kommen wir mit Sicherheit noch hin. Okay, hier ist schwer, irgendwas zu erkennen. Die ganze Leiter ist jetzt abgestürzt. Zufall? Lesen. Nicht erkennbar. Und dann kam sie und wusch all meine Ängste weg. Alles machte plötzlich wieder Sinn. Es ist dieser Ort. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Nur noch ein kurzer Halt im Texas. Und dann gehen wir. Ich glaube, mein Radio. Ich höre irgendwas. Da ist auch Blut. Ich hoffe, da sitzt jetzt nicht irgendwas in der Wanne. Oh Gott. Nein. 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 So was ertrage ich nicht. Gucken erst einmal, was hier ist. Da ist Apartment 10. Dann ist die Blut-Tür wahrscheinlich Apartment 9, ne? Okay, wir müssen suchen. Ach du Scheiße. Ich habe gedacht. Der schneidet uns jetzt irgendwie die Hand ab. Ich muss gestehen. Ich selber kann sowas nicht. Also ich selber kann sowas nicht. Ich kann nirgendwo reinfassen, wo ich es nicht sehen kann, was ich da gerade anfasse. Das funktioniert bei mir nicht. Kann ich mich nicht überwinden. Vielleicht kennt ihr im Sea Life. Da gibt es auch so kleine Becken. Wo man so reinfassen kann. Dann kann man so, keine Ahnung, Fischhaut oder so spüren. Das kann ich nicht. Geht nicht. Ich kriege mich dazu nicht überwunden. Okay. Sowas hier finde ich auch immer ganz cool. Dass man so auf den Dächern rumlaufen kann und da auch so chillen kann. Finde ich aber auch nichts zum Heilen, ne? Ich kann nicht weiter nach unten gucken. Okay. Okay. Okay, wir sind gleich wieder vorne von Apartment 9. Gut, dann sind wir jetzt wieder auf der Hauptstraße. Wir müssen jetzt wieder ins, äh, Neelis. In die Neelie Bar. Und den Knopf einsetzen. Ich weiß nicht, was wir dann kriegen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Schlüssel sein wird oder so. Vermutlich. So, dann können wir hier ein bisschen laufen. Hier ist ja gerade nichts. So, vorher vielleicht speichern. Zack. Gucken wir mal kurz. Untersuchen. So, was brauchten wir? Ja, äh, C. Zwei. Spannende Musik Ich bin auf dem Weg. Und da ist der dicke Klebestreifen. Und da ist der dicke Klebestreifen. So, ich würde sagen, wir speichern nochmal, bevor wir dann da reingehen. So, ich würde sagen, wir machen nochmal einen neuen Speicherstand. Und zack. Das Spiel wurde gespeichert. So. Ein Satz zurück. Hier konnten wir nicht rein, ne? Nee. Gut. Und dann geht's hier für uns weiter. Da geht's wieder raus auf die Straße. Wollte ich gerade sagen, warum glaube ich, dass wir den schieben können? Ich hab jetzt geguckt, wo ich den hinschieben könnte. Achso, da, geradeaus. Bin aber auch ein Idiot. Geh noch nicht. Ich kann nicht runter. Ei. Okay, ich kann nicht runter. Ich hätte gerne geguckt, ob, doch jetzt, ob die Türen noch ausgehen. Der nicht. Der auch nicht. Den hauen wir uns erstmal rein. Jawoll. Jawoll. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Da ist eine Notiz. So, das Büro von der NILIBA, oder? Zertifikat of Accreditation. Albert Smith. Okay. Auf den Bildern sehe ich die NILIBA und ein altes Auto. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Könnte so eine Liege sein, wo jemand draufliegt vielleicht. So. Er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge, er hat nichts versucht. Er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In seinem Zustand wollte ich ihn nicht fahren lassen. Also hab ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Sein Wagen sollte hinten stehen. Schau morgen früh mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, es ist der türkisgrüne mit den Kennzeichen, dass er auf 06 endet. Äh, wenden. Was auf 06 endet. Okay, warte. Schalt mir das nochmal kurz auf hier. Was war denn das? Okay. Sonst gab es hier nichts Aufregendes mehr. Dann sind wir jetzt auf dem Hinterhof. Wir müssen ja jede Ecke durchforsten. Man weiß ja nie, was hier so rumliegt. Okay, einen türkisgrün sehe ich nicht. Aber der endet auch auf 06. 06. Gesundheitsdrink. Wie viele gibt es zufällig, die dann hier genau hier auf 06 enden? Der ist gar nicht erst angemeldet hier. Da ist er. Ich hoffe mir einfach immer, dass hier irgendwas drin... 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 Das ist wieder so ein kleines Krabbelvieh. Drin liegt, was ich nicht sehe. Den haben wir. Auch da stelle ich mir das schwer vor, wenn davon mehrere kommen. Hier ist jetzt kein Nummernschild dran, aber das liegt hier. Ich kann es nicht erkennen. Aber es könnte sein. Ne... Ne... Haben sie aber geschickt hingestellt, ne? Damit du da nochmal nachgucken gehst. okay das hier sieht aus wie ein alter mercedes das ist der bestimmt okay wenn ich nicht sehe lasse ich die scheiben jetzt mal heile ich will ja nicht so randale reif sein da ist er holy macaroni dann gehen wir hier mal nach rechts und links und gucken mal was es hier noch zu finden gibt für uns scheinbar nichts wir müssen hier irgendwie in jede ecke reingucken die 06 hätte ich mir jetzt auch merken können aber ich habe gedacht wir haben aber noch den tresor den wir knacken müssen das vielleicht darauf auch schon ein hinweis war vielleicht da spiegelt sich nur die pflanzen wieder mal so ein bisschen unsere reserve wieder auffüllen so dann will er jetzt dass wir da hingehen wo er fragezeichen zeigt da steht auch das auto ich bin gespannt okay das blut sieht ein bisschen aus wie eine arena also wo ein kampf stattfindet da 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 la ja da 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 Fall um, Mann! Wo ist der Ritter? Da ist er. Hand von Kopf. Au! Wie, das war's noch nicht? Ich würde gerne gucken, was ich für einen Schlüssel gefunden habe. Schlüssel zu den Woodside Apartments. Ein abgenutzter Schlüssel auf der dazugehörigen Notiz steht Woodside Apartments. Da steht Woodside Apartments. Boah! Wir gehen hier auf ganz entspannt lang. Stöcker oder Monster? Wo sind wir überhaupt hin jetzt? Jetzt wird's ungemütlich hier. Hier! Ich bin ziemlich Windside Apartments. Ich bin ein Blutsideater. Hey, hey, hey! Hey, how are you? Okay. Hier konnte man irgendwo speichern. So. Speichern wir mal kurz. Zack. Okay. Okay. Gut. Dann machen wir hier nochmal schnell einen Cut. Morgen ist direkt weiter. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf, wenn du Bock hast. Sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.